Guten Morgen zusammen, hier ist die Firma Metallmichel und heute zeige ich euch ein wenig unserer Osterkollektion. Ostern kommt bald und mit ihm natürlich auch der Osterhase. Bei uns findet ihr eine riesen Auswahl an Edelrast Osterhasen und Osterdekorationen. Von schlichten Silhouetten bis hin zum lustigen Osterhasen könnt ihr alles finden. Auch wunderschöne Kombinationen mit Holz und Rost für den Innenbereich und überdachten Außenbereich könnt ihr bei uns finden. Natürlich wünschen wir euch allen frohe Ostern und viel Spaß im diesjährigen Frühling beim dekorieren. Macht es gut! Euer Metallmichel aus Betzigau. Ihr findet uns unter www.metallmichel.de